hallo und herzlich willkommen zu meiner präsentation polnisch lernen mit erfolg die besten apps lehrbücher und websites learning polish successfully the best apps books and websites und du kannst den link wahrscheinlich sehen im chat das ist die website wo ich eine pdf-datei für dich abgelegt habe und da findest du auch in englisch den inhalt meiner präsentation so das ist diese seite ich zeige es auch hier jc hanke de slash polish und dann landest du auf dieser website kannst dir die pdf-datei herunterladen und dann kannst du jeden link von da aus aufrufen so herzlich willkommen ja das ist die pdf-datei hier geht es los wer ist johann christian hanke ich bin autor lektor und layouter und sprach liebhaber und ich muss vorher sagen das ist natürlich meine persönliche sicht in diesem vortrag es sind die für mich besten apps lehrbücher und websites und es ist auch nur eine kleine auswahl es kann durchaus sein dass du sagst du hast das und das vergessen und da gibt es auch noch was tolles das kannst du gerne in den chat später hinein schreiben ich zeige dir was mir hilft und was mir geholfen so warum ist polnisch lernen mein hobby nun sprachen wurden mir ganz bestimmt nicht in die wiege gelegt ich komme aus einem musikalischen haushalt und sollte auch musikwissenschaft studieren habe instrumente gelernt klavier und geige und das hat mir aber keinen besonderen spaß gemacht und mein musikwissenschaftsstudium habe ich dann nach vier semestern geschmissen dann bin ich erst mal abgehauen und war ein halbes jahr in london als au pair und ja wir haben an der schule und in einer uni zwölf jahre russisch gelernt ich kann überhaupt kein russisch nichts ist davon hängen geblieben das schulenglisch war ganz okay aber auch nicht so besonders und in diesem halben jahr habe ich englisch gelernt und habe mich richtig dafür begeistert und während meiner zeit in london habe ich mir was verrücktes ausgedacht ich habe gedacht vielleicht könntest du sogar eine sprache studieren und dann habe ich mich tatsächlich beworben bin angenommen worden und habe dann an der humot universität anglistik amerikanistik deutsch als fremdsprache studiert also sprach und literaturwissenschaft und so kam es dass ich mich für sprachen begeistert habe und dass ich immerhin zwei sprachen ziemlich gut sprechen kann ja wie kam es dann dass eine dritte sprache hinzugekommen ist das polnisch nun ich lebe hier in der uckermark in einem kleinen dörfchen zwischen prinzlau und stettin also ziemlich nah an der polnischen grenze und ja es leben sogar einige polnische mitbürgerinnen und mitbürger in meinem dorf in und in der umgebung aber ich habe mich immer nicht richtig getraut viele sind nach stettin zum einkaufen zum tanken gefahren es gibt an der dorfschule wo meine kinder zur schule gegangen sind auch eine polnischsprachige lehrerin und sogar eine partnerstadt aber ich habe mich nicht so richtig getraut weil ich mich unwohl gefühlt habe dass ich die sprache nicht sprechen kann und vor drei jahren da hat mich eine gute freundin aus dem dorf dann tatsächlich mal mitgenommen da begann auch gerade diese pandemie aber nach polen konnte man da noch fahren hat mich mitgenommen nach posnan und in eine kleine stadt in die nähe von posnan und da musste ich dann ein bisschen polnisch sprechen und ich habe gemerkt wie schön dass es immer nur ein paar wörter kann und wie dankbar man aufgenommen wird und da habe ich mir gedacht nun polnisch könnte man ja vielleicht auch lernen und da begann mein abenteuer ich will nicht behaupten dass ich polnisch kann überhaupt nicht aber ich bin immer noch auf der reise und lerne diese sprache mit begeisterung ich habe großen spaß dran und ich möchte gerne die methoden und die apps und bücher und websites zeigen mit denen ich polnisch gelernt habe oder versuche zu lernen und da haben wir ja zuerst die apps language apps das elektronische ist natürlich sehr praktisch und duolingo kennt jeder eine app als auch im browser und mit duolingo bin ich nicht so glücklich geworden ich es ging vom englischen aus dass es überhaupt kein problem aber ich fand fand das zu kindisch das lernen das waren irgendwie künstliche sätze mir fehlte dann auch die strukturierte grammatik mir hat dieses gamification prinzip irgendwie nicht gefallen und ich weiß man soll da ein bisschen gefesselt werden an das spiel süchtig machen ich kenne tatsächlich hier leute aus meinem dorf die mit duolingo polnisch arbeiten und wirklich süchtig danach sind wie also dann auch wenn sie verreisen andere leute bitten damit sie keine herzen verlieren bei duolingo weiterzumachen aber das hat mir nicht gefallen und dann bin ich bald ich überspringe jetzt diese app erst mal auf eine andere app gekommen die heißt bubble und bei der bin ich hängen geblieben da kann man polnisch durch das deutsche lernen bubble eine deutschsprachige app ich glaube die sitzen sogar in berlin und der polnisch kurs dort hat mir ziemlich gut gefallen wir gucken da mal rein mal gucken ob der link funktioniert und ich kann mich gleich hier einloggen in mein bubble account gibt es für warte mal das ist jetzt hier der genau halt nee das ist meine mama die hat auch auch ein bubble account von mir geschenkt bekommen genau so und ich bin wieder zurück und an bubble hat mir das strukturierte gefallen das sind wirklich lektionen die von anfang an beginnen und immer schwerer werden da waren auch grammatik übungen dabei das immer so kleine häppchen das konnte ich auf dem smartphone machen das kann ich hier am browser machen wie ich gerade lust habe und hier fängt man erst mal mit kursen an nach level begonnen habe ich hier mit dem einstieg den habe ich abgeschlossen die grundlagen habe ich abgeschlossen und an bubble gefällt mir eben dass auch ständig ein vokabular aufgebaut wird was regelmäßig abgefragt wird nach diesem stufenprinzip und bubble ist die nummer eins geblieben mit der ich auch jederzeit über hier hat man ja so kleine lektionen den einstieg die sind alle sehr praktisch den beruf angeben andere vorstellen oder zertifikat okay das kann ich mir irgendwo hinstecken das ist jetzt nicht so wichtig aber obst und gemüse einkaufen gucken wir mal in so eine lektion herein die aussprache genau kurs sechs wiederholen die aussprache will ich jetzt nicht wiederholen kleidungsstücke beschreiben da kann ich ja mal ganz kurz zu einem kurs anspielen lernte genau napoje das ist ein orangen getränk kennt man ja alkoholfreies bier und so weiter und so fort also bubble für mich die entdeckung ein app mit der ich zufrieden bin gucken wir mal weiter hier dann habe ich gedacht wenn bubble so schönes vielleicht gibt es auch noch andere tolle apps und dann habe ich mir mon die angeguckt und hier bin ich bei mon die eingeloggt auch eine app am browser ebenfalls mon die hat mir das layout ganz gut gefallen das ist attraktiv aufgemacht das ist ein bisschen mehr gamifiziert das mag ich persönlich nicht so sehr aber mir fehlt hier die grammatik da gibt es zwar grammatik aber das sind dann einfach nur tabellen die mir hier an den kopf geworfen werden mir fehlt grammatik und mir fehlt auch die progression ich habe das gefühl dass alles eine soße ist ich kann irgendwo beginnen in einer lektion egal bei welcher lektion ich beginne die sind immer gleich schwer ich habe irgendwie schwieriger wird also bin ich mit dieser app nicht so glücklich geworden mit montly und busu habe ich dann auch probiert montly ist glaube ich soweit ich weiß eine rumänische produktion und busu ist glaube ich eine britische produktion busu fand ich am anfang total schön sehr attraktiv und ein community basierter ansatz bei busu dass man seine lektion checken lassen kann gucken wir mal hier mit der lektion das ist alles attraktiv aufgemacht und genau ich muss natürlich erst mal werbung angucken weil ich inzwischen nicht mehr premium mitglied bin und auch hier bekommt man wörterlisten also die wörter werden immer hinzugefügt was toll ist und am anfang ging das super los da habe ich gemerkt das sind etliche fehler bei busu richtig viele fehler weil ich ja busu erst ausprobiert habe als ich mit babbel schon ziemlich weit war dachte ich jetzt mal busu und die fehler wollte ich dann melden okay ich kann mir jetzt busu premium nicht und das konnte ich nicht das funktionierte nicht und ich habe auch gemerkt bei den beispielsätzen wurden die teilweise viel zu schwer ich hatte schon anderthalb jahre polnisch drill hinter mir die lektionen waren leicht aber die beispielsätze waren einfach over the top das fand ich nicht toll die grammatik war auch keine wirkliche grammatik also war ich dann von busu eigentlich eher frustriert so das sind meine erfahrungen da ist für mich eigentlich nur babbel hängen geblieben mondly da gucke ich ab und zu mal rein und ansonsten was haben wir noch gucken wir mal hier weiter man kann hier auch navigieren in dieser pdf datei hier sind zu lesezeichen da kann man diese sprach apps ausklappen und dann habe ich nämlich noch sprachenlernen 24 kommen ausprobiert das ist nur eine browser basierte geschichte und da kann ich jetzt schon sagen sprachenlernen 24 ist nur ein vokabeltrainer ein besserer und da versuchen sie dir auch noch andere sachen dann zu verkaufen es sind etliche fehler drin ich habe extra ja bei sprachenlernen 24 mir ein konto eingerichtet was man dann zehn jahre nutzen kann aber ja das ist nicht meine meine welt also bei babbel bin ich hängen geblieben so gucken wir mal weiter das waren jetzt die sprach apps die ich ausprobiert habe duolingo mondly busu bubble und sprachenlernen 24 das einzige nur im browser und dann braucht man ja immer wieder wörterbücher zum nachschlagen und da habe ich am anfang ein tolles gefunden das ist dick cc das hat mir am anfang genügt das ist ein community basiertes wörterbuch wo jeder wörter eintragen kann und da bin ich am anfang eigentlich auch ziemlich gut klar gekommen mal gucken hier wo kann ich mich denn einloggen muss jedes mal gucken im smartphone bin ich nämlich eingeloggt aber hier muss ich erst mal gucken wo war denn das mit dem login mitmachen okay ich finde es jetzt nicht aber das schöne ist vielleicht kann ich das an meinem smartphone zeigen okay ich zeige es mal ich werde mal mein smartphone hierhin stellen und rufe jetzt eine andere app auf moment da kann man dann gucken was ich hier mache so ich bringe die mal in den browser rein und ich hoffe sie funktioniert okay na wenn sie gerade funktionieren soll funktioniert sie nicht okay naja wie das so ist dann wollte ich hier meine bücher zeigen das macht jetzt nichts weil wir die jetzt vielleicht zweimal aufgerufen gucken so ist das bei live präsentationen ich versuche es einfach noch mal ja doch hier ist es funktioniert ich habe die vor lauter aufregung einfach zu oft aufgerufen und ich kann mich jetzt hier mein smartphone zeigen ich hoffe man kann das gut sehen so und da habe ich jetzt dieses dick cc plus und da bin ich dann eingeloggt hier kann ich suchen und das schöne ist hier gibt es so ein vokabeltrainer wenn man sich da angemeldet hat und auch einen kleinen obus bezahlt hat kann man die vokabel die man hinzufügt ja das würde ich dann ja jetzt moment nicht kann man diese vokabeln in so eine typische in so eine typische umgebung packen wo man lernen kann wo man sagt okay oder noch nicht und dann hat man eben die verschiedenen fächer die rechts die vokabeln die ich schon kann und ganz links die die ich noch nicht kann und wenn ich eine nicht kann dann wird die nach ganz links in das allerletzte fach gepackt hat ja jetzt doch wunderbar funktioniert dass ich das zeigen kann also das ist mir auch eine große hilfe dieses dick cc zum vokabeln lernen da gibt es natürlich noch andere apps aber hier kann ich eben auch in dieses wörterbuch selber vokabeln hinzufügen und sie dann mit diesem vokabeltrainer wunderbar lernen dann habe ich noch dieses pons wörterbuch für mich entdeckt wo man schnell auch dinge nachschlagen kann die jetzt in dick cc nicht enthalten sind dick cc hat mich nur eine gewisse anzahl von einträgen und hier in diesem von pons da sind ganz viele einträge da gibt es auch diesen tollen übersetzer also das ist mein tägliches wörterbuch zum nachschlagen wenn ich mir nicht ganz sicher bin und da habe ich dann eben auch einen kleinen obolus bezahlt damit das ja damit das ganze von mir genutzt werden kann so wörterbücher und dann gibt es bei e polish eu noch ein wörterbuch das relativ einfach aufgebaut ist wo nur wenige wörter enthalten sind aber die natürlich jetzt versuche ich meinen zu finden georgia zum beispiel das buch wenn ich das wort nachschlagen dann finde ich dazu mich auch grammatik informationen das ist auch nicht schlecht leider hat diese plattform heute so ladehemmung das ist sehr schade die will ich mich auch noch zeigen die polish eu die hat gerade ladehemmung schwierigkeiten habe ich den ganzen nachmittag schon okay dann kann ich das jetzt nicht zeigen aber das macht nichts genau wörterbücher da wir gerade bei websites sind es gibt einige interessante websites die man nutzen kann kostenlos und kostenpflichtig ich war auch ein jahr lang hier bei holsky daily angemeldet als zahlendes mitglied bin jetzt eingeloggt als johann in mein konto und da bekommt man eine ganze menge hoch meine konto details will ich natürlich nicht ich werde mich mal schnell ausloggen und dann wieder einloggen mal sehen ob das geht genau meine konto details will ich jetzt nicht unbedingt sagen ich logge mich mal aus und logge mich noch mal ein da gibt es eine ganze menge material an übungen zu allen möglichen stufen video lektion also man kann hier so bestimmte abo muster genau das wollte ich nämlich zeigen man kann hier bestimmte abo muster abschließen basic da bekommt man nur pdf dateien zu sehen interaktive übungen aber wenn man hier den premium account wählt oder sogar die jährliche subs jährliche one year subscription dann kann man nämlich an verschiedenen seminaren teilnehmen die da online stattfinden habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut aber das ist dann sowas wie live unterricht mit gruppen von drei vier fünf sechs leuten zu ganz bestimmten themen sowas wie bei diesem polyglotten treffen aber man muss eben eine gebühr dafür zahlen aber es gibt natürlich auch tolle ressourcen die kostenfrei sind polski info habe ich dann entdeckt das ist nämlich auch eine schöne sache mal sehen ob ich mich jetzt hier einfach ganz schnell anmelden kann ja wunderbar das klappt polski info da kann ich nämlich auch polnisch lernen zum beispiel grammatik oder bestimmte kurse auf bestimmten niveaus hier ja nie aufrufen zum beispiel abspielen und so weiter und so fort ich kann grammatik informationen lesen es gibt ein forum also auch das eine für mich wertvolle und vor allen Dingen kostenlose ressource hier mit tollen grammatischen informationen also ein ja eine großartige website polski daily eu und polski info ja und dann habe ich noch eine andere website link q kommen von dem kanadischen steve diesem hyper polyglotten mal sehen ob ich mich jetzt hier schnell anmelden kann und genau das ist eine plattform die kennt der ein oder andere die ein oder der andere vielleicht schon ja jetzt gerade nicht tutor kann man hier auch finden das ist toll das schöne an dieser geschichte ist dass ich hier eigene inhalte importieren kann ich kann hier youtube videos die untertitel haben importieren dann wird der text nämlich separat abgelegt oder ich kann sogar aus netflix habe ich persönlich noch nicht probiert weil ich kein netflix habe aber aus netflix könnte ich polnische sachen mit untertiteln importieren und jetzt gucken wir uns mal so etwas an was ich wo ich vielleicht na schon noch einige dinge hier habe die ich noch nicht kann bourgeois das müsste ich eigentlich schon können wir können es mal aufrufen so sieht das aus na klar die gamifizierung ist auch dabei hier kann man sich den text vorlesen lassen und dann kann man es mitlesen und die worte die blau oder gelb sind kann ich das nicht die finde ich dann hier im rechten bereich und dann kann ich sagen oh ja kann ich doch schon ganz gut oder kann ich ziemlich gut und dann werden die nämlich immer heller und die werden dann auch hier mit aufgenommen das sind diese sogenannten links und so wird steigt mein wortschatz von sitzung zu sitzung an ich finde da immer interessantes material ich habe mir einige lektionen hier auch schon importiert und man kann sich das ganze eben auch auf dem smartphone aufrufen kann da auch eine playlist erstellen dass man sich die dinge zumindest immer abhört im auto zum beispiel oder unterwegs mit kopfhörern habe ich bestimmt schon manche sachen 30 40 mal gehört und dann kann man es immer mal wieder lesen und dann kennt man ja einige wörter hier hier zum beispiel sind etliche neue wörter dabei das hier das wäre eine sache die habe ich lange die habe ich noch nicht bearbeitet sind ganz viele neue wörter mit dabei das kann ich mir anhören und dabei dann diese wörter anklicken und dann werden sie mir erklärt und dann sage ich okay jetzt weiß ich es schon dann werden sie gelb tolles konzept mit diesen links comprehensible input ich versuche also immer die übungen oder diese texte zu finden im internet oder auch hier die mir angeboten werden die meinem niveau entsprechend die ein bisschen schwieriger sind als mein niveau aber die mich nicht total überfordert ich lerne also immer was neues dazu aber es nicht so dass ich lauter blaue vokabeln habe dann sage ich das ist mir jetzt zu schwierig also ein tool was ich gar nicht missen möchte link q gibt es am computer als auch auf dem smartphone oder tablet so was haben wir denn jetzt das war link q polski info polski daily was sagt die uhrzeit jawoll wir liegen sehr gut hier in der zeit ja das eine sind natürlich die elektronischen medien die so bequem und so angenehm sind und das andere sind natürlich die althergebrachten wunderbaren bücher die ich auch so liebe und genau da kann ich gerne mal ein paar bücher zeigen die ich gleich vorstellen ich schiebe das jetzt mal beiseite denn Lehrbücher haben ja doch den großen vorteil dass die sehr strukturiert aufgebaut sind dass man damit wunderbar den einstieg erstmal findet dass man grammatik in kleinen häppchen serviert bekommt und da bin ich sehr sehr glücklich mit diesem buch hier das haben wir auch in einem kurs den ich am anfang auch belegt habe besprochen ich werde ich mal ein bisschen größer machen sodass man das besser sehen kann wie der polnisch kurs von über das ist attraktiv aufgemacht hier gibt es auch viel landeskunde land und leute es gibt cds dazu oder man kann sich die audios runterladen das geht also ganz angenehm los und ja man findet sich dann zu recht tankstelle und alles mögliche das grundvokabular hinten sind nochmal grammatikerklärung also ein sehr schönes buch touristen informationen straßen bezeichnen die zahlen ich liebe dieses buch das gibt es in zwei teilen ein teil für a1 ein teil für a2 man kann sich dann hinten auch immer kontrollieren mit diesem wortschatz teil wie gut man schon ist und ob man diese 2000 3000 vokabeln die in beiden büchern dann drin sind schon kann hier sind auch übung drin das ist kursbuch und arbeitsbuch in einem das gibt es schon sehr lange das ist praktisch fehlerfrei für mich ein ganz wunderbares buch vitam aktuell so dann habe ich ein zweites das ist so ähnlich wie vitam aktuell das habe ich mir dann auch noch das interesse gekauft rasem neu damit bin ich aber irgendwie nicht so gut klar gekommen ich mag es einfach nicht das ist auch attraktiv aufgemacht aber irgendwie es sieht mir nicht so polnisch typisch aus okay dieses foto ist noch sehr hübsch polnisch aber dann in den nächsten lektionen wird es mir persönlich zu international aber wer mit diesem buch klarkommt ein tolles buch auch hier lernt man alles wunderbar häppchenweise und auch hier hat man beide niveaus gibt es auch noch ein übungs buch soweit ich weiß und hier gibt es natürlich auch cds aber man kann mit seinem smartphone das buch scannen und dann kriegt man die audios zu dieser seite vorgespielt okay ja ist ganz nett so langenscheid jetzt kommt jetzt kommt ein buch was ich noch mehr was ich noch mehr liebe dieses paket hier das ist für mich der knüller von dem war ich regelrecht begeistert der intensiv sprachkurs polnisch mit system vier audio cds und eine mp3 cd okay da sind immer noch cds drin in der kiste da ist das buch drin es ist ein schneller einstieg oder eine super wiederholung mit ganz viel grammatikerklärung auch aber mir gefallen die dialoge hier so wunderbar und ich möchte das buch gerne mal zeigen mal gucken ich will hier gerne mal eine doppelseite zeigen mal gucken die habe ich mir schon hier eingeladen nee das mache ich gleich die werde ich gleich herüber ziehen männchen so habe ich mich extra eingescannt damit man das zeigen kann da kommt schon heute will es nicht so wie ich doch es will so ich bereite das gerade vor und dann können wir es uns gleich angucken tata hier haben wir so das kapitel eins der einstieg ich gucke mal hier rein in das kapitel eins das geht eigentlich schon interessant los gazette oder zeitung da ohne dass man irgendwelche polnische kenntnisse hat soll man feststellen dass man doch einige sachen schon ganz gut kann oder die ganz schnell lernen kann match sukzess oder pogoda okay das jetzt vielleicht nicht am politiker und dann sind die dialoge so wunderbar die gefallen mir so großartig ich will mal so einen dialog jetzt aufrufen ganz kleinen moment polnisch vortrag so hier habe ich den dialog polnisch mit system die audios hier sind die dialoge denn da gibt's was besonders bei den dialogen wir hören einfach mal rein lekcja pierwsza witamy cześć cześć witek o co to jest to no czy to jest bukiet tak to bukiet jola aha rozumiem jola rodzina pierwsza wizyta mhm powodzenia cześć dziękuję cześć und so weiter und so fort aber man merkt diese dialoge wurden mit professionellen sprecherinnen und sprechern aufgenommen in einem warschauer tonstudio ganz hohe qualität die kann man auch ohne nebengeräusche hören da gibt es also noch eine weitere fassung und das macht so richtig spaß die sprechen sehr langsam aber sprechen sehr angenehm und da ist dann auch noch ein kind dabei und es ist jedes mal richtig wundervoll da hat man lust in diese lektion einzusteigen ja also das ist quasi mein lieblingsbuch und da habe ich noch viel viel zu tun bei diesem buch so dann gucken wir mal ein weiteres was ich auch empfehle und was für viele ja auch ein schöner einstieg ist sind die bücher aus der assimil reihe das konzept ist ja ähnlich wie beim komprehensible input dass man mit einfachen dialogen anfängt die immer schwieriger werden dass man erstmal zuhört und auf diese art und weise lernt und die gibt es teilweise als software hier oder auch mit einem audio cd und dem buch und dann kann man sich die audio anhören und hier mit lesen und das ist natürlich auch empfehlenswert ich war von dem buch jetzt nicht ganz so begeistert weil mir die sprecher nicht gefallen haben hatten irgendwie vielleicht so einen französischen akzent habe ich mir eingebildet und wenn man polnisch mit system was ich davor gezeigt habe gehört hat dann wird man schon ein bisschen kritisch aber auf jeden fall zu empfehlen eins der wunderbaren bücher und das ist jetzt das wo das zentrum nicht so richtig funktioniert hat das ist die reihe krokpo kroko das wird herausgegeben von einer sprachschule in krakau und diese bücher sind lediglich auf polnisch da fängt man von polnischen an und das tolle ist eigentlich wenn man bei diesem buch hinten auf einer bestimmten seite guckt dann findet man einen code und dann kann man sich bei diesem lernzentrum polnisch eu kann man sich da registrieren und dann kriegt man eine elektronische version des buches zu sehen und noch viel mehr ich bin mal gespannt ob das jetzt funktioniert ich werde es mal probieren die hatten heute wie gesagt etliche probleme wir versuchen es eigentlich wollte ich das nämlich gerne zeigen okay jetzt geht es gerade zumindest wird es aufgerufen bisschen langsam aber man findet alle bücher in dem original layout tatsächlich online okay dann ladet doch mal ein das sieht jetzt hier gerade ja rödel dödel da haben sie selber schuld ich will euch gerade hier mal vorführen und zeigen und ihr ja die haben ab und zu mit tatsächlich mit problemen zu kämpfen immer mal einen tag im monat wo es gar nicht funktioniert das ist schade denn die haben nicht auch noch einen tollen vokabeltrainer den ich zeigen wollte den man dann automatisch mit dazu bekommt und es gibt da unzählige weitere übungen die ich auch gerne zeigen wollte und da kriegt man direktes feedback man dann switche ich einfach wieder zurück zum buch moment das gucken wir uns hier einfach wieder an switche ich zum buch also all das findet man in online form und dann kann man diese übungen online ausfüllen und kriegt auch sofort das feedback insofern ist eine tolle sache und der vokabeltrainer von denen ist auch der der bei mir am meisten bewirkt der ist jetzt nicht hundertprozentig super aber das ist der vokabeltrainer der am besten funktioniert und ich versuche immer noch auf dem anderen bildschirm jetzt das zu schaffen dass wir uns hier irgendwie noch einloggen können ja schwärme ich davon hat auch seine mängel sie bieten das nämlich in verschiedenen sprachen an wenn man aus deutschland kommt dann kann man das auch auf deutsch einstellen und da sind die übersetzung manchmal merkwürdig okay das und auch die übersetzung bei dem vokabeltrainer da muss man dann zweimal prüfen okay aber trotzdem funktioniert es wunderbar ich versuche mich jetzt hier immer noch anzumelden okay das ist der berühmte vorführeffekt es geht ganz langsam ich komme hier rein mit verzögerung in diese plattform krokpo krokpo da gibt es mehrere bücher zwei ein bucht level a 1 ein buch level a 2 hier ist mal der vokabeltrainer den ich vielleicht mal vorführe mache ich tatsächlich jetzt schon seit vielen monaten jeden tag dann öffnet sich jetzt ein fenster auf dem smartphone ist es ein bisschen schwierig da funktioniert es nicht so gut aber irgendwann öffnet sich das fenster und da werden mir die vokabeln wirklich nach einem sehr guten wiederholungsalgorithmus gezeigt und da so lerne ich die am besten noch besser als bei bubble ja gut wir sind ja schon fast am ende ich nehme mir noch einfach zwei drei minuten heraus reisen nach polen gehören natürlich bei mir immer noch dazu regelmäßig fahre ich jetzt rüber trau mich das schöne wenn man schon ein bisschen sprechen kann dann wird man ja wirklich so dankbar willkommen geheißen ich kann mich jetzt schon ganz gut verständigen leider denken die leute dann ich könnte polnisch sprechen und reden so polnisch zu mir und dann sage ich dann wieder dass ich nichts verstehe macht nichts volkshochschulkurs einzelunterricht kann toll sein da gibt es möglichkeiten auf e polish eu auf dieser plattform die jetzt gerade nicht gut reagiert da kann man tutoren finden auf italki kann man tutoren finden ah jetzt kommt der vokabeltrainer wunderbar und man findet auch ja man findet auch volkshochschulkurse gut youtube gucken wir mal auf youtube da habe ich jetzt noch drei kanäle die mir besonders gefallen als beispiele herausgepickt das ist einmal easy polish wahrscheinlich ist jeder schon mal über diesen tollen kanal von aga und justina gestoßen gibt es übrigens auch ein video hier zu apps und websites was ich noch gar nicht geguckt habe ich bin der founder und aktuelle kurs hier sind immer die untertitel in englisch und das sind manchmal spiel szenen manchmal informationen manchmal interviews ein ganz tolles programm jede woche neues video mein lieblingskanal ich habe da auch so ein abonnement abgeschlossen da zahle ich einen gewissen beitrag und da gibt es verschiedene stufen dann kann man nämlich auch noch die texte runterladen pdf dateien mit extra übungen man bekommt eventuell langsamere versionen je nach level den man da bezahlt und man kann bei man bei dem höchsten level ist auch in der facebook gruppe glaube ich mit den leuten dort kontakt aufnehmen dann habe ich noch polnisch mit akki das ist ein sehr sympathischer deutsch sprechender pole der hier sehr nette videos aufzeigen und ich habe noch einen dritten kanal den ich sehr liebe wo hier eine polnische lehrerin über probleme der polnischen sprache der grammatik des wortschatzes spricht und das finde ich auch mal sehr sehr angenehm und und es ist mit untertiteln was ich auch großartig finde ja ihr seht das polnisch lernen ich kann kein ponch ich bin dabei aber der weg ist das ziel es macht mir ungeheuer viel spaß ich habe die methoden und materialien entdeckt die für mich funktionieren das ist eine große vielzahl an apps an websites an büchern an youtube material und von zeit zu zeit wechsle ich probiere mal was neues es muss so schön sein so spaßig wie möglich damit es mir gefällt damit ich am ball bleibe und ich denke das schaffe ich da brauche ich keine gamifikation ich habe gefunden was mir gefällt und wenn vielleicht für die eine oder den anderen von euch mit was dabei ist dann freue ich mich darüber und habe mein ziel erreicht in diesem sinne wenn fragen sind ich beantworte jetzt gerne noch in den letzten 10 15 minuten eure fragen und ja ansonsten bedanke ich mich für die aufmerksamkeit euer johann so jetzt gucken wir mal in die fragen rein ich werde die fragen dann wenn welche angekommen sind auch vorlesen im chat ja wenn babbel benutzen benutze ich auch sehr gerne das ist interessant und kaschia schreibt dass sie buso für polnisch auch ach ja questions sind natürlich hier in dem question was war dein schönstes erlebnis mit der polnischen sprache ist fragt mich kaschia ach das ist schwer zu sagen da ich mit der polnischen sprache so viel schöne erlebnisse habe aber mein schönstes erlebnis war vielleicht als ich mich getraut habe alleine mit dem zug von forst lausitz in richtung woz waff zu fahren das war mein schönstes erlebnis das ist anderthalb jahre her das war für mich ein richtiges abenteuer der zuck wurde immer voller und ich konnte dann mithören was was die leute sich unterhalten haben ich habe teilweise was verstanden ich konnte mit dem schaffner reden ich konnte dann auch ein ticket kaufen für die rückfahrt ich war begeistert ich habe mich durch gefressen ich habe eine liebe freundin von mir besucht die in der nähe von woz waff wohnt und auf der rückfahrt das abenteuer dann auch bei bahnhöfen die gerade umgebaut werden in legnice umzusteigen und zu fragen ob das jetzt hier der richtige zuck ist nirgends war ein wegweiser irgendwann kam mal ein zuck rein ich habe es alles geschafft abenteuer bestanden das war mein schönstes erlebnis mit der polnischen sprache ich bin klar gekommen so noch eine frage hast du ein besonderes ziel das sich nur mit der polnischen sprache verwirklichen lässt ja hast du ein besonderes ziel was ich nur mit der polnischen sprache verwirklichen ist das reisen ich habe polen als reiseland für mich entdeckt ich habe viele freunde gefunden freundschaften vertieft interessante menschen kennengelernt das ist für mich das wichtigste ich bin jetzt auch regelmäßig alle paar wochen in polen nicht nur in stettin was von mir ja ein steinwurf entfernt ist sondern nach katowice fahre ich in wenigen wochen mit einer lieben freundin von mir ihr mann ist dort in katowice geboren und dann sehen wir uns in warschau oder bei warschau darauf freue ich mich auch der chef in meiner firma hat eine polnische frau und wir waren auch im folgen ja auf einer teamfahrt in polen das sind meine ziele ich habe die familie mitgenommen an die polnische ostsee also wir sind regelmäßig unterwegs wir entdecken schöne landschaften wir schließen freundschaften und es ist einfach wunderbar gut ja sind noch irgendwelche fragen gucken wir auf die uhrzeit es ist ja noch zeit ich kann auch gerne den schad gucken danke das sind wirklich tolle tipps darüber freue ich mich vielen dank ich danke mir auch für das interesse für das zuschauen ich kann ja noch warten ob die ein oder andere frage kommt ob ich vielleicht noch etwas vorführen oder zeigen soll wenn ich noch ein bisschen zeit habe vielleicht klappt es inzwischen auch mit diesem polisch eu mal gucken ja hier bin ich ah ja garderober glaube ich garderober das gut da sage ich dann nein beispielsweise eigentlich müsste jetzt sofort der wechsel zum neuen vokabel kommen aber da das system heute gerade im tiefschlaf ist funktioniert das jetzt nicht so gut genau ich will aber heute noch schaffen alle vokabeln durchzulernen ich hoffe es funktioniert noch und wenn ich jetzt hier ausschalte wird mir nach einer weile auch eine statistik gezeigt und ja gut im online shop kann ich die bücher kaufen wenn ich einmal drin bin in diesem system mein buchcode eingegeben habe und hier so das buch für mich frei ja ich kann jetzt schon so viel vokabeln ja wunderbar und ich werde meine vokabeln später lernen ja jetzt dauert eben alles sehr schade gut aber wenn man dann einmal drin ist und sich eingeloggt hat dann kann man eben auch upgrades der pakete kaufen kriegt hunderte von weiteren übungen also ganz ganz viel material das liebe ich jetzt hier das ist wirklich didaktisch aufbereitet von polnisch lehrerinnen und polnisch lehrern die haben eine sprachschule werden natürlich auch für sich hier aber wahrscheinlich werde ich tatsächlich dann auch nach krakau irgendwann mal fahren im sommerkurs belegen und na gut dass es jetzt gerade nicht funktioniert so ist es dann eben ja gut ich gucke hier sind noch fragen was jan fragt jan was fehlt noch für die leute die polnisch lernen was könnte hilfreich sein schulung schuldigung für mein deutsch das deutsch ist wunderbar das kann ich sehr gut verstehen jan und ich glaube du hast auch einen kanal den ich jetzt hier nicht erwähnt habe ich hoffe das ist jetzt nicht schlimm das war jetzt nur die auswahl meiner top 3 und wahrscheinlich entdecke ich das dann in den nächsten monaten wahrscheinlich fehlt mir noch dein kanal jan was fehlt noch für die leute die polnisch lernen jeder ist unterschiedlich jeder hat unterschiedliche wünsche mir ist es wichtig eben die hintergründe zu lernen grammatik zu trainieren das zu verstehen andere wollen eben die grammatik vielleicht eher ein bisschen zur seite schieben so der ansatz von diesem steve aus kanada ist ja auch eher bei link you erstmal ganz viel comprehensible input hören und lesen und viel wortschatz und die grammatik immer mal angucken aber nicht zu intensiv das ist jetzt nicht ganz mein einsatz aber ich denke material gibt es genug man muss es nur entdecken ich denke es fehlt nichts wir haben herrliche bücher wie ich gezeigt habe und ich lerne täglich genau die frage die nächste frage ist lernst du täglich wie lange das ist eine sehr gute frage ich lerne täglich diszipliniert tatsächlich und ich denke zwischen einer halben und einer stunde und an manchen wochenenden versuche ich dann nachzuholen für mich sind der schlüssel die vokabeln sonst verstehe ich nämlich nicht viel okay gut die ich hier in diesem system trainieren kann ich kenne jetzt schon so viel die vokabeln ja die kann ich dann wirklich durchaus ich lerne also vielleicht im schnitt eine dreiviertel stunde bis eine stunde am tag und das inzwischen tatsächlich seit drei jahren ja einerseits bin ich frustriert wie wenig ich kann aber das glas ist eigentlich eher halb voll und nicht halb leer insofern freue ich mich trotzdem ich mache weiter ich lasse mich nicht untergrämen zuerst habe ich gedacht ich schaffe das in einem jahr dann habe ich gesagt noch ein jahr dazu jetzt sind es drei jahre und ich gebe mir so viel zeit wie ich brauche und ich bleibe tatsächlich diszipliniert jeden tag dran das ist wirklich mein hobby da haben wir die frage auch beantwortet noch vier minuten ja ja interessant und lustig ja jahrens kanal ist pol polisch was john natürlich das ist ein wunderbarer kanal der bei mir hier in diesem link queue mit angekommen ist und da habe ich tatsächlich auch schon mal in einige lektionen hineingehört insofern jahren kenne ich deinen kanal durch link queue und irgendwann findet man doch immer wieder die tollen ressourcen ja gucken wir mal ob hier noch weitere fragen sind das schönste erlebnis habe ich schon erzählt besonderes ziel menschen treffen und reisen mir fehlt eigentlich nichts es gibt so viel wunderbares material man muss sich einfach nur trauen und ich lerne täglich das habe ich auch beantwortet und ich denke damit damit bin ich mit meiner präsentation und mit dem beantworten der fragen durch ich kann ja noch mal kurz warten ob noch eine frage kommt ja wie gesagt die pdf datei gibt es entweder hier über den link der hier im chat ist jchahnke de slash polish da gibt es diese pdf datei zum download und da kann man das alles noch mal angucken ja dann bedanke ich mich für die aufmerksamkeit es hat mir viel spaß gemacht diese online präsentation ich freue mich wahnsinnig auf warschau oder auf das treffen dieser kleinstadt die ich nicht so gut aussprechen kann und ja bis bald dann können wir gerne hier an dieser stelle schluss machen dankeschön schluss auf schluss 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 schluss